was geht ab willkommen zu zukunft die black op 6 hier mit mir chrissito und heute machen wir meine ak weiter und zwar mit ein paar ründchen frei verhalten habe den stream nämlich gerade gestartet mein letztes mal cod ist wieder einige tage her und wir sind wieder im stream das heißt wir werden nachher nachdem nach meinen frei verhalten nach dieser aufnahme hier wieder zusammen mit der community in die rounds rein jumpen aber jetzt könnt ihr erst mal ein paar egoistische runden von mir genießen was war einfach eine flamme pampi oder was so let's go ich habe fast alle normalen tarnungen mit der ak mittlerweile frei ich brauche noch die gar nicht geklaut den mutten sohn ich brauche noch vier headshots dann habe ich tatsächlich alle normalen tarnungen diese militär tarnungen frei und dann kann man die spezial tarnungen freischalten dafür muss man dann so spezielle sachen noch machen zum beispiel verschiedene bestimmte extras ausrüsten bestimmte arten von kills machen oder so ein scheiß das mache ich dann danach ich will auf jeden fall bei der rk erstmal alles freischalten das letzte ist dann gold ne soweit ich weiß ich guck da mal da sind zwei unter beide gemisst wie so ein fucking noob jung was geht hier gerade aber klar klar kommen deswegen vielleicht hol ich ja die headshots in den runden jetzt müsste eigentlich klappen ich will damit wie sie mittlerweile besser eigentlich bin ich immer so ein typ der immer ohne die sie spielt wenn ich ehrlich bin da kämpft er einfach bei frei für alle kämpft er meistens spiele ich eigentlich ohne visier digga der erste hat schon elf kids aber irgendwie habe ich mal ausprobiert und ich fühle das tatsächlich mehr aber ich habe noch bekommen hinter mir kam der nächste no mo bro bro bleibt mal hier jo wo rennt wo ich schon war ich will diese dinge auch haben das ist viel geil als eine mine außerdem ist der sound geil der ist richtig respektlos wenn ich damit gekillt wird richtig respektlos so tüßig alle tüßig alle ich bin aber überall weg ich mag die map aber irgendwie verkack ich gerade da bin ich eigentlich meist ganz gut das ding ist du killst einer kommt direkt der nächste von der ecke alter tüßig Habe ich den kill auch bekommen gerade ich habe den ersten krank aufgeholt noch drei kids unterschied der hatte gerade acht kills mehr als ich so macht man das nämlich kämpft er wieder da ne nope nicht mit mir boy noch zwei kills unterschied zum ersten easy easy game oder von wo fick ich euch jungen wieder dieser typ der pump gun der ist safe der erste ne der ist vorletzter lol einfach so eine flammen pump gun ist ja geist krank und tschüss und tschüss noch ein kill zum ersten hätt er klappen können hätt er klappen können und tschüss immer noch ein kill off nope der typ jetzt gibt er gas plötzlich alter aaaah pf 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 Fick, fick ich genauso. Er hat meinen Kill geklaut. Oh, da von allen Seiten. Junge, wie krank hat der Gas gegeben? Das hat 8 Kills mehr als ich. Ich hab ihn gerade überholt gehabt. Und der hat in 5 Sekunden gefühlt aufgeholt. Muss die Camper. Das war ein Headshot. Nice. Bald haben wir die Tarnung frei, die letzte. Bro, der hat 10 Kills mehr als ich. Er hat seinem großen Bruder Controller gegeben. Ich hör auf alles. Das macht gar keinen Sinn. Von wo, von wo. Piss dich. Bro, was hat er angestellt? Der braucht nur noch einen. Hat er gewonnen. Napalmangriff. Bro, der hat ja richtig... Ja, das war's. Das war echt nicht normal. Ich könnte mir furcht, dass ich bestes Game habe. Du bist nur niesen dauerhaft. Hat mich nicht schlafen lassen. Bin zum Glück die ganze Woche kantgeschrieben. Okay, ich hoffe, du kannst heute bisschen besser drin. Ich war nicht der Beste. Scheiß drauf. Vielleicht nächste Woche. Okay, let's go. Noch eine Runde. Free for all. Ich hasse diese Map, Alter. Wieso wurde überhaupt gewählt, Bitch? Wieso hab ich keinen Skin drauf? Doch, ich hab einen Skin drauf. Wieso? Hä? Die Waffe soll doch eben ganz anders aus. Ist das die gleiche? Ja, ist die gleiche. Bro, was geht? Sieht die ganz anders aus. Oh, ich hab jetzt schon keinen Bock auf diese Drecks-Map. Real-Talk. Ja, Real-Talk. Real-Talk. Ich schwöre es euch, die Map wird mir so auf meine dicken Eier gehen, dass... Och. Ja, du stehst da oben wie ne Ho. Ich ficke deine Bombe. Wie sag ich, mich gekillt? Ah, die stackt. So, die geklebt dann. Die kann man auch an die Wand kleben. Crazy. Wo? Ich hör Schritte. Wo? Ich hör Schüsse. Ich verstehe gar nichts. Bro, es macht gar keinen Sinn. Ich komm vielleicht später. Hast du morgen Schule? Beste Map zum Abnehmen. Real-Talk. Später morgen um 12 Uhr geh ich pen. Denk ich mal. Längste Zeit, wo ich wach war, war ungefähr drei Tage, weil ich ne Serie gesucht hatte. Das ist geistkrank. Ne, das kann ich nicht. Bro, was ist denn jetzt hier, Alter? Ich hab nicht mal einen Kill. Fick ich diese Map, Mann. Verpiss dich und verpiss dich. Hab nur einen Kill dafür bekommen. Ne. Okay. Bro, ich hör über einen Schritt, aber ich seh keine Gegner, Alter. Ey, ohne Scheiß. Diese Map sollte für Freie Falle verboten werden. Das ist einfach nur fucking Müll, Alter. Schlafprobleme. Ich hab eher Probleme, damit ich zu viel schlafe. Zu wenig schlafen ist crazy. Ich könnte mich jetzt hinlegen und instant einschlafen. Bro, du Inder-Mutten-Camper. Ich fick dich doch. Das war ein Headdy. Wir haben unseren Skin fast. Unsere Tarnungen. Bro, ich hasse die Map. Hab wieder ein bisschen Süß geguckt. So eine gute Serie. Schon nie gesehen. Aber kenne ich. Ach, komm, Alter. Ich wüsste ja. Diese Map macht mich depressiv gerade. Ja, verpiss dich, Mann. Was denkst du? Kommst wieder angerannt. Killst mich. Ich schlafe immer wenig. Meist nur so vier Stunden. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Und das sollst du ganz schnell ändern. Bevor ich hier ausraste. Nie gesehen. Tschüss, ne. Ich fick euch doch, Alter. Ich auch. Was, du auch. Wenig schlaf, Lisbeth. Ich mache jetzt wieder eine Pause von Tekken-Ranked und nächste Woche ruhig mit Tekken-God. Das ist die Einstellung. Pause verstehe ich zwar nicht, aber das ist die Einstellung. Ich mache nur Pausen, weil ich andere Games streamen will. Sonst würde ich jeden Tag Tekken zocken. Sei ich ehrlich. Wenn ich nicht streamen würde, ich würde jeden Tag Tekken zocken. Einfach privat. Jeden Tag. Ich drehe durch. A, M, K. Wieso? Wie auch, wenn deine Watchlist nur aus Animes besteht. Ja, und ich gucke halt einfach auch gar nichts. Weil ich nicht dazu komme gerade. Das fackt mich mies ab. Weil ich noch richtig viele Serien zu gucken habe, die ich gucken will. Auch so Klassiker. Was heißt Klassiker? Also Serien, die man einfach mal so gesehen haben sollte. Sowas wie Gossip Girls und so. Bro, das will ich schon die ganze Zeit gucken. Ich schaff's einfach nicht. Muss Paul, also bin ich wieder Battle Ruler. Ich bin dann so. Oh, noch ein Handy. Ich glaube, das war's. Wie, ey, warte, wie brauchst du denn? Ich brauche ich für diese Map, ist so trash, man. Der Erste hat 16 Kills. Ich hab 6, ist peinlich, man. Ich hasse diese Map. Man, eh, aufs Angeberichtssinn los. Ich bin mir so bei, wenn ich jetzt irgendwie so absteige, dann würde ich nicht eine Pause machen wollen, sondern bin ich so ein behinderter Mensch, dass ich einfach dann noch mehr spielen will, obwohl ich weiß, dass es voll dumm ist. Und dann steige ich dann noch weiter ab und dann will ich es halt umso mehr noch zurückholen. Direkt, aber ich kann nicht warten. Ja, wir laufen im Kreis so Nuppensohn, alter Verreg. Gossip Girls. Feindliche Drohne im Anflug. Hab ich mies gefeuert, als ich Emperor geteilt habe. Ja, save, alter. Junge, was diese Map macht, echt depressiv. Du rennst hier rum wie so eine Fotze. Dann ist da irgendwer immer hier an den Rolltreppen. Guck mal, dann steht hier gleich wieder einer. Okay, doch nicht. Doch, da! Und stirbst, bro. Fickig, alter. Dieses Drecksgame. Ist alles in Erzten abklärt. Okay, dann nehme ich alles zurück. Das macht echt keinen Bock gerade. Kurz davor, einfach zu sagen, ich bin Tekken, alter. Drecksgame. Guck mal, Junge, du rennst hier rum. Hier ist, guck mal, jetzt hier oben wieder einer. So. Der kämpft da hinten. Einfach warten, bis da irgendwie die Treppe hochläuft. Junge, wie kann man so... Ach, scheiße. Hier, Armin, Armin, übergestorben, du Hurensohn. Guck mal, da hinten kämpft er wieder. Alter, ist er tot. Ist er tot? Boah, ich konnte es gerade nicht glauben, dass er da wirklich... ...liegt, der Hurensohn, alter. Der lag da wirklich, man. Ich habe da wirklich gezögert, weil ich es nicht glauben konnte, dass er sich da wirklich hingelegt hat, der Hurensohn. Der lag einfach auf dem Tisch, so schräg. Der lag hier. Das macht gar keinen Sinn, wieso liegt man hier? Junge, diese Map ist abgecrackt, alter. Boah, der mich aufgeregt hat. Der lag... Hä? Ich konnte es nicht glauben, habt ihr gesehen? Ich wollte schon weiterlaufen. Ich dachte, der ist so, ist safe keiner. Und dann ist das wirklich einer. Er hat auch nicht reagiert. Er hat auch nicht reagiert. Das ist geisteskrank gewesen gerade. Boah, was ist denn jetzt hier? Mann, wie fick ich dieses Game? Verreck einfach! Verreck! Boah, ich wollte ein bisschen COD zocken, aber schlechte Laune von diesem Drecksgame gerade. Aber nur wegen der Map, Real Talk, eben war geil. Guck mal, guck mal, guck mal. Und ich laufe, dann finde ich einen. Guck mal, ich höre schon hier irgendwo. Die sind auch nur hier, ne? Warte. Wer? Hier ist wieder einer am Campen. Wer? Lass doch gucken, du Hurensohn. Der wartet einfach, bis einer durch die Tür läuft. Und ich laufe jetzt nochmal durch. Aus Prinzip. Ich laufe da aus Prinzip, aber durch die andere Tür diesmal. Mit Granatenwerfer sogar. Junge, was ist... Ach, ehrlich. Junge, einfach nur Huren-Sinne hier. Real Talk, Mann. Hier sind nur Hurensohn-Map und zieht auch noch Hurensohn-Spieler an. Perfekte Kombination, Alter. Perfekte Kombi. Fick ich euch alle. Ach, Alter. Kann ich gut nur mal vorbeigehen. Bevor ich hier irgendwas kaputt schlage. Ich bin echt gerade davor, irgendwas kaputt zu hauen. Drecksgame, Alter. Komm, hol die Kills, du Huren-Bängel. Erster Platz. Ich fick dich doch. Das ist da oben. Wir campen da oben. Granate. Und einfach getroffen, weil du einfach random werfen kannst. Drecksgame. Oh, jetzt läuft hier wieder einer unten lang. Warte. Da. Oh, ich bin tot. Warte, warte. Warte, ich lauf die Rolltreppe hoch. Da ist einer. Oh, da. Ich seh schon. Hoppala. Da ist einer hier. Und da hab ich angeknallt. An der Rolltreppe. Und wartet auf mich. Warte. Ich komme schon. Warte, warte, ich komme. Wo bist du? Links? Oder unten am Campen? Naja, du bist schon tot. Ah, hinter mir. Ja, ja, klar. Warte, wir gucken nochmal. Guck mal. Wo ist die Rolltreppe? Komm. Wir legen die Rolltreppe. Läuft da gerade einer hoch? Nee, noch nicht. Warte. Komm, wir gucken mal hier. Ah, klar. Da ist ja einer. So, schön. Warte, da hinten ist die nächste Rolltreppe. Hier um die Ecke. Da warten die mal. Warte, ich glaube, ich lauf. Da hinten ist es. Ah, da oben. Ah, ja, ich seh nicht los. Das war der erste Platz. Ich fick den doch. Ich fick diese Map. Und ich fick die Entwickler von dieser Map. Und ich fick die Spieler, die gerade diese Map spielen. Und ich fick jeden, der in dieser Runde war. Wir sind am Ende. Alle Stationen schimpft du. Rein für alle. Natürlich ist das ein schwieriges Wort. Das mache ich noch nicht rein. So, let's go. Ich hole den ersten Platz. Fick die Runde von gerade. Aber eigentlich ist auch egal, ob der Sound fotze sagt. Weil ich ja sowieso alle fünf Sekunden irgendein Schimpfwort sage. Äh, du bist immer so voller Assi. Ja, dann guck einfach jemand anderen zu und geh mir nicht auf meine Eier. Okay, Leute, bei dem ist das Video instant gelb. Das ist genug für heute. Nein, das ist genug für heute. Hat der eine Sniper, Alter? Crack. Das war keine Sniper. Cedric, wie kann man Cedric heißen? Ich will mich direkt umbringen. Wow. Ey, das war wieder ein Headshot. Wie viele Headshots denn noch? Ah, ich hab's. Ich hab die letzte Tarnung freigeschaltet. Okay, das heißt, ab der nächsten Runde muss ich, ähm, irgendwelche speziellen Shit machen für die neuen Tarnungen. Ich glaub, ich muss irgendwelche anderen Extras nehmen und so. Ich guck mal nachher. Geil, ich freu mich. Haben wir alle Standard-Tarnungen frei? Jetzt können wir die Spezial-Tarnungen holen. Ja, Cedric, ist okay. Du kommst von der Seite, ich weiß. Ist gut, Cedric. Und Wörter zensieren mit Delfingeräusch. Das würde ich gar nicht schaffen. Weil das zu viel wäre. Das wäre echt lustig. Das wäre wirklich lustig. Boah, das wäre echt schlau. Meine ganzen Schimpfwörter. Kannst du nicht eine AI erkennen oder so? Das wäre echt, das wäre richtig gut sogar. Ich muss gar nicht extra beleidigen. So einfach, einfach so halt wie ich normal, wenn ich halt mich abfucke über die Runde von gerade zum Beispiel. Ja, Cedric ist gut. Alter, mit Down-Zoo-Sound zensieren. Das wird eine Folge sein, wenn du unter vielen Geräusch zum Einschlafen hast. Ist doch schön. Militativ. Piss dich, Mann. Okay, der erste hat drei Kills mehr als ein ich. Ist easy. Cedric. Welcher Hut, warte. Ich sehe schon heute, werde ich auf jeden Fall ein paar Nerven verlieren. Das Game fuckt mich heute richtig ab. Ey, Cedric. Ich heiße Cedric und ich bin Huzo. Hoppala. Ja, Cedric ist gut jetzt. Ja, meine Mine hat dich geholt, Cedric. Ich weiß. Du Nutte. Oh, ja, okay. Denk dann, dass du nur ein Chill-Guy bist. Ich bin leider alles andere als ein Chill-Guy. Komm mal ran an mir da. Ich weiß, dass du hier bist. Bro, was? Ich habe sie bei Disco geschickt, Cedric. Okay. Okay. Ich habe sie bei Disco, ich habe sie bei Disco. Feindlicher Aufklärungspuls im Einsatz gewinnt. Ah, ich ficke dich. Noch ein Kill zum ersten. GG, easy. Fick ich ihn doch, Alter. Oh, wieso gibt der erste so Gas gerade? Die Nuppenbengel. Und du auch, verpiss dich. Wo wolltest du angerannt kommen von der Seite? Ei, 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 ei. Lass mich doch nachladen, Alter, Cedric. Ja, du wartest und zielst da schon, weil du ein Muso bist. Kämmt hier einer? Ne. Uff. Uff. Digga, fünf Kills. Mann, ich war gerade so gut dabei. Fünf Kills, Unterschied zum ersten. Ich muss nachladen, wartet kurz alle. Hey, danke für die Bits. Das ist aber joh. Komm, Naomi, für dich ficke ich den Cedric jetzt. Cedric, wo bist du? Ich muss nachladen, du kannst noch warten währenddessen, Alter. Cedric, ich komme. Noch zwei Kills, Unterschied zum ersten. Hab ich auch nicht mal viel Zeit. Wir müssen uns ranhalten. Dottemajoo. Ich hör dich doch laufen, nur Notte. Nö, 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 bleib mal schön da. Okay, ich bin erster. Ich bin erster mit einem Unterschied. Let's go. Wir haben unschieden. Beide 26 Kills, noch vier Kills für den Win. Der Wichser. Einer soll ihn ficken, das gibt's nicht. Zwei Kills, Unterschied... Hey, der hat mich überholt. Scheiße. Ich muss mich wirklich beeilen. Der braucht nur noch einen. Der braucht nur noch einen. Ich brauche noch vier. Ich brauche noch zwei. Er braucht noch einen. Ich hatte keine Munition mehr. Scheiße. Komm, ich brauche noch zwei. Er hat nur noch einen. Let's go. Ich hol's mir. Vor ihm. Nein! Abweichens ist es best game. Ich hab mit Ansage best game. Schaut zu. Meine Prophezeiung. Okay, ich danke euch für's Zusehen. Falls euch die heutige Folge gefallen, dann lasst mich gewissen. Den mir da auch um. Lasst den Kanal gerne kosten. Abonnieren. Glock am extra passen. Morgen geht's ja weiter mit der nächsten Folge von COD um 16 Uhr. Mit der Community. Mal gucken, wer jetzt am Start ist. So was wir zocken. Ich freu mich schon. Bis morgen. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.